Jetzt sagen Sie nicht, jetzt ist schon wieder Dienstag. Was für eine Sensation! Nach monatelangen, intensiven Recherchen haben Spezialisten herausgefunden, dass es jene sagenumwobenen Steueroasen, von deren Existenz wir normalsterblichen Steuerwüstenbewohner in unseren Fieberträumen fantasiert haben, tatsächlich gibt. Und das, und jetzt halten Sie sich bitte fest, denn Sie müssen jetzt ganz stark sein, dass es Mitmenschen gibt, die auf oder in diesen Steueroasen Schwarzgeld verstecken, und zwar auf eine Art, dass es sich gewaschen hat. Wer hätte das alles für möglich gehalten? Wenn Sie jetzt nur herausfinden, dass der Papst katholisch ist, werden sich weltweite Aufstände nicht mehr vermeiden lassen. Die Politiker sind in heller Aufregung und beweisen einmal mehr, wie helle sie sind. Die Empörung darüber, dass die von der Politik so kunstvoll versteckten Steuerschlupflöcher von rücksichtslosen Zeitgenossen nicht nur gefunden, sondern auch noch genutzt worden sind. Die Empörung darüber kennt noch weniger Grenzen als die Witzigkeit der Debatte. Da sitzt dann Hans Eichel, der als SPD-Finanzminister voller Stolz überhaupt erst die Finanzprodukte und Hedgefonds zugelassen hat, denen wir die Finanzkrise verdanken. Da sitzt dann dieser einmal zu oft beförderte Hauptschullehrer mitten in der Talkshow-Jauche und fordert, dass jenen Banken, die beim Steuerbetrug geholfen haben, die Lizenz entzogen werden soll. Da beginnt bei den Banken jetzt aber das ganz große Zittern. Allein die Deutsche Bank soll mehrere hundert Offshore-Trusts für ihre Kunden eingerichtet haben. Allerdings hat die Deutsche Bank bereits erklärt, dass die Einrichtung solcher Trusts nicht illegal sei und dass sie ja nicht wissen konnte, dass die Kunden diese Trusts zur Steuerhinterziehung nutzen würden. Und da sehe ich schon, wie Hans Eichel ganz enttäuscht murmelt, ach so, ja, das muss einem aber auch gesagt werden. Nein, der Deutschen Bank, der wird man die Lizenz zum Gelddrucken, Waschen und Föhnen nicht entziehen können. Denn die Banken sind doch systemrelevant. Das heißt, ohne die Banken sind all die schönen Steuerhinterziehungsmodelle gar nicht durchführbar. Aber ganz ungeschoren werden wir sie nicht davon kommen lassen, die Banken. Unsere Politiker werden schon dafür sorgen, dass den Banken mal wieder ordentlich die Leviten gelesen werden. Das übernimmt dann Peer Steinbrück für 15.000 Euro die Stunde, nachdem er am Wahlabend Angela Merkel ganz achtig zur Wiederwahl gratuliert hat. Bis neulich. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf www.wdr2.de www.wdr2.de Untertitelung des ZDF, 2020